Gregor Schlierzauer, herzliche Gratulation! Heute Klingenthal, zweiter Platz, wieder ein Podestplatz, jetzt ein bisschen ein Scheideweg, letzte Station des Sommer Grand Prix, jetzt geht es richtig Richtung Winter. Genau, haben wir den Sommer auch gut überstanden, alles tipptopp, gut gegangen, heute Klingenthal, ja war wieder ein toller Wettkampf, zweiter Platz bin ich natürlich sehr zufrieden, mit der Leistung nicht ganz, aber mit dem muss man auch zufrieden sein. Und jetzt geht es richtig in großen Schritten Richtung Winter, jetzt haben wir nächste Woche noch österreichische Meisterschaft und dann noch einen Kurs und dann ist eigentlich Winterbeginn und ja, da freuen wir uns alle drauf. Es hat eigentlich alle heute sehr gut gesprungen, fünf Österreicher am Start, alle fünf unter den Top 9, wie schätzt du die ganze Mannschaft ein, auch für den nächsten Winter vielleicht schon, was man jetzt schon sagen kann? Ja, ich glaube, dass wir alle sehr stark drauf sind, vor allem wir haben ja noch sogar einen Abwesenden, den Gesamtsieger vom Sommer in Magi, also ich denke, Österreich ist auf jeden Fall gerüstet, jetzt hoffen wir, dass wir die letzten Wochen sozusagen noch gut rüberbringen, sich nochmal gescheit vorbereiten und dann, ja, kann es losgehen. Danke Gregor, ciao und gute Heimradio. Danke, ciao. Ciao.